Schreckliche Nachrichten haben wir uns erreicht. Der Osterhase kommt dieses Jahr nicht. Wir fragen warum. Na was heißt warum? Weil ich in Quarantäne bin. Mein CD-Wert springt jeden Tag von 18 auf 40 und wieder auf 12. Das gibt's ja nicht. Sind Sie gar nicht geimpft, oder? Das ist ja das Problem. Na, ich telefoniere jeden Tag mit dem Magistrat und was sagen die mir? Tiere dürfen nicht geimpft werden. Was, ich bin doch kein normales Tier. Ich bin der Osterhase. Schau aus wie ein normales Tier. Keine normale Tiere. Das? Ha? Na, glaub ich nicht. Oder? Das mach ich alle Tag. Aber das beweist ja eigentlich rein gar nichts, oder? Ach so, das heißt nicht. Das beweist das. Was willst du mir jetzt dazu hören?